Ich habe mal ein Küken gefunden, es war braun und hatte flauschig weiche Federn gehabt. Jedenfalls ist es mir den ganzen Tag hinterhergelaufen. Es war so süß. Es schlief bei mir. Ich war nämlich seine neue Mama. Aber dann eines Tages ist etwas Schreckliches passiert. Wackern Sie mich jetzt an? Ich baggere niemanden. Das ist ganz normale Kommunikation. Bummst du lieber Frauen oder Männer? Ist auch egal, wo die Liebe hinfällt. Und ist sie hier? Bummst du lieber Frauen oder Männer? Bummst du lieber Frauen oder Männer? Untertitelung des ZDF, 2020